Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen müssen wir uns bereits ab den Morgenstunden auf Regen einstellen, der dann auch den ganzen Tag über anhält. Die Tageshöchstwerte liegen am Mittwoch bei 16 Grad. Der Donnerstag wird dann wohl der schönste Tag der Woche. Das Quecksilber klettert bis auf 20 Grad und die Sonne strahlt den ganzen Tag über ungedrückt vom Himmel. Gegen Abend ziehen harmlose Wolken ins Sendegebiet, aus denen es in den Nachtstunden vereinzelte Niederschläge geben kann. Den ganzen Tag über begleitet uns ein frischer Wind. Dieser wird auch am Freitag unser Begleiter sein. Bei Temperaturen um die 16 Grad zeigt sich der Westsachsenhimmel den ganzen Tag über zugezogen. Regnen soll es aber nicht. Am Wochenende kommt dann nochmal der Sommer zurück. Am Samstag knacken die Temperaturen nochmals die 20-Grad-Marke. Die Sonne behält die Oberhand. Nur harmlose Wolken ziehen ins Sendegebiet. die Oberhand. Nur harmlose Wolken ziehen ins Sendegebiet. Die Schlaapen wird später nicht wahr. Die Oberhand. Verrückte die Oberhand.